Kochlandschaft Österreich in der Region Mostlandl-Hausrug. Rindfleischsalat mit frischgebackenem Brot, das gibt's heute bei Erich Malinger. Zuvor besuchen wir noch den Bio-Rinderhof von Johann Schauer. Und ganz am Ende der Folge geht es um den Ursprung des Brotes, das Mehl, in der Furtmühle in Pram. Ich bin der Johann Schauer, wir sind da im Nodernbach, im ördlichen Hausrugviertel. Wir führen da einen Bio-Betrieb mit Rinderhaltung. Wir haben eine bunte Mischung an Rindern, die wir auf die Weide lassen. Das sind zum einen Fleischrassen, Limousin, Charolais-Kreizungen. Wir haben Galloway-Rinder, Angus. Neben verschiedenen Fleischrassen halten wir Fleckvieh-Rinder am Betrieb. Die Kälber kommen von den biologischen Milchviehbetrieben aus der Region. Die würden sonst in die konventionelle Most gehen. Und bei uns haben sie die Gelegenheit, dass im biologischen Kreislauf bleiben können. Streuobstwiesen sind eine gute Weidefläche für Rinder, die hier gleichzeitig als natürliche Rasenmäher agieren. Der Rindfleischsalat wird gerne mit Brot serviert. Und was schmeckt besser als ein frisch gebackenes Brot aus dem Holzofen? Grüß euch, ich bin Erich Malinger. Wir sind heute beim Bastelbauer und wir machen heute einen Rindfleischsalat mit Basal-Mikrodressing, Kürbiskernöl und einem frischen Holzofenbrot, was wir gerade aus dem Ofen auszutauen. So, da habe ich schon ein geschnittenes Rindfleisch. Das schneiden wir noch ein paar mal durch. Das tun wir dann in eine Schüssel zusammen. Und frische Zwiebeln dazu. So, das Ganze würzen wir dann mit einem frischen Pfeffer. Ein bisschen Salz. Und ein paar Salm-Käßig. Und ein Öl. Das mischen wir dann gut durch. Und ein bisschen Salz. So, zum Schluss haben wir ein paar Kirschtomaten auffüllen und ein frisches Kernöl und dann ist er soweit fertig zum servieren. Das Brot wird jeden Tag frisch gebacken, wird noch mit Holz geharzt, da im Bachofen drinnen. Der Tag, es wird alles selber gemacht, das ist ein normaler Germteig. Ja, wir sind heute da in der Furtmühle Bram, das ist im Oberlauf der Bram und an der Bram hat es einmal ursprünglich 43 Mühlen bis Scherding am Inn gegeben. Eine davon steht noch, das ist die Furtmühle und wir als Kulturverein Furtmühle Bram betreiben dieses Objekt als Schaumuseum, als Freilichtmuseum und erleben noch eine wirklich Originalmühle aus ca. 100 Jahren Bestand, wie sie damals eingerichtet worden ist. Unsere Gegend war immer eine Getreidegegend, immer hat das Getreide hier eine große Bedeutung gehabt. Es war ein sehr wertvolles Gut für die Ernährung. Der Müller hat hier das Getreide gewogen, übernommen. In der Gosse, das war ein Schüttrichter, hat man das Getreide dann mittels Elevator, also Becherketten, aufgezogen bis in den dritten Stock. Im dritten Stock wurde es dann gereinigt. Das Getreide war hier heroben gelagert und ist hier hereingerieselt. Unten kam das fertige Mahlgut heraus und wurde mit dem Elevator eben nach oben zur Siebanlage gezogen. In der Siebanlage wird es ordentlich gerüttelt und geschüttelt. Das feine Mehl, das fertige Mehl geht bereits in den Mehlbehälter und das noch übrige, gröbere Gut ist wieder in die Mühle zurückgegangen. Und das Mehl wurde dann mittels Elevators zur Absackung gezogen und in den Sack gefüllt. Und dann war sozusagen dieser Durchgang fertig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.